Für Gil Ofarim und Cristiano de Brito aus Team Saviour beginnt jetzt das Battle. Groß ist der Reichtum der Welt, heute noch. Und unsere Erde bleibt unser Stern, wenn auch die Menschheit heut schon nach anderen Sternen bleibt, bleibt die Erde der einen Stern, wo alles wächst und weint. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch oder ist vieles davon schon hin?